Wollt sie sich nicht verarschen? Wieso? Ja, Spinnebildverband. Und die von Stillwater, die kommen bestimmt zu uns hoch. Jetzt geht's los. Oh sie kommen. Die sind am Wagen. Oh, da kommen welche. Allens Fischsohn Junge. Oh, die noch einmal. Oh, du brauchst du zwei nochs. Oh. Oh, Landshut, oder? Ja. Vorne ist ein gepanzerter. Verletzt dich. Rechts sind ja so ein Köder. Na, immer wieder CLS fahren, oder? Ja. Wolltest du mich verarschen? Wieso? Ja, Spinnenwild verbannt. Ach so. Gehen wir hoch zur Rheinland Ranch. Denken wir nicht. Das war doch von vorhin. Unsere zweite Runde. Hä? Die anderen gehen bestimmt hinten bei Cypress, hat es gleich raus. Hä? Ja. Und die von Stillwater, die kommen bestimmt zu uns hoch. Ja. Hoffe ich. Sie kommen zu uns hoch, oder? Ich würde sagen, es nimmt mehr die Formel, weil jetzt müssen sie ziemlich viel durchs Wasser rennen dort. Ja, bei Darrow entscheidet es sich. Ja. Da haben sie aber die Möglichkeit, dass es nach links geht. Ja. Und da haben wir Glück, wir können noch ziemlich viel auf dem Landweg, bevor wir uns wasern müssen. Ja. Und die müssen recht häufig durchs Land, äh, durchs Wasser. Ja, die kommen hoch. Jetzt geht's los. Oh, dort wird verschossen. Werden sie verfolgt von anderen Jägern vielleicht? Oh, sie kommen. Die sind am Warten. Ja. Down. Sehr schön. Ja. Okay. Okay. Osten. Hm. Ja, cool. So, ich mach mal kurz Sicht. Oh, da kommen welche. Von unten. Okay. Nehmen wir den Linken noch ins Visier. Ja. Oh, der hat die Sprenglaunze. Okay. Also vollen lassen. Ach so. Ja. Ui. Ich war mir gefreut, dass ich meinen übergezogen habe. Da gab es zurück Pfeffer. Wir haben nur drei Sekunden übrig. Ich hab noch fünf. Ich muss kurz heilen. Ich guck mal. So. Einer dort und einer dort. Einer dort. Hallo. Franky, sei mal ruhig jetzt. Oh, Alter. Hat der Maschine wieder eine reingezwitschert? Und der hat eine ordentliche Knarre. Der hat was ordentliches dabei. Ich weiß, wo er ist, aber ich ziehe ihn nicht. Ich weiß, wo er ist, wo er ist, wo er nie. da habe ich mir nicht gerade spritzer verpasst okay ich lege mir ein bisschen vor heile dich auch klein viel spaß ja franki danke tschüss wie funktioniert die Sprenganze? keine Ahnung ich bin voll geheilt aber ich habe noch ein medikid alter hat da zielwasser gesoffen oder was? alter hat da zielwasser gesoffen oder was? was tut? ja, tut Mist, scheiße Mist ich habe den ein Bommelvisier gehabt und ich hätte ihn auch getroffen ja aber ich habe auch noch die Einwächer gekauft ja das ist 34 Meter oder irgendwie echt? ja ach du scheiße ja von wegen geiz ist geil ich habe gedacht die Wildfels habe doch nicht in mir jetzt ja ja scheiße wir haben die anderen Jäger ja nicht richtig wir haben die nicht erlooted und wir konnten den ihrer Waffen noch nicht nehmen wir hatten unsere Schrottwaffen Mist das war nämlich die haben ja 900 dp Prachtanger das wäre richtig fett gewesen eins in w 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